Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Fuck! Scheiße, Scheiße! Scheiße! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich erhalte Melden in der Tiefgarage. Seid ihr sicher, dass es Joy wird? Wir müssen uns ausreichen! Und weg ist er. Du hast es so gewollt. Schnell! Was zum Teufel ist da drin? Los! Wir gehen weit! Los! Los! Ich muss zur Bibliothek. Da bringen sie ihn hin. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder Ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Auf dem ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand hat den Strom ausgeschaltet. Das sollte eine Geheimoperation werden. Es ist Joyce! Und sie hat den Strom ab. Sie hat es nur die Nase. Was ist er für Sie? Was ist das für Sie? Was ist das für Sie? Und du hast es für Sie? Ich verscheide. Du hast es nicht. Ich verscheide. Das war's für heute. Einheitsausgeschaltet! Einheitsausgeschaltet! Gerücken auf! Negativ! Bleiben Sie unten in Formationen! Erden zu uns kommen! Und wenn solche geben Feuer! Auswärmen! Da bin ich nicht erlebt! Ich brauche Deckung! Ich bin getroffen! Ich brauche die Bärmste threw und kommt. Ich brauche die Bärmste, die die Bärmste, und in die Bärmste. Bärmste Zump dribket. Okay, ich muss zur Bibliothek. Keine Zeit zu vergeuden. Ich muss zu, Will. Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Endet. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Wo kam das her? Ich bin wohl nicht der Einzige, der einen Kroll hegt. Hopp. Könnte ein Weg nach oben sein. Komm schon, dafür ist keine Zeit. Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen. Volltreffer. Eriff Prime, haben denn keine Zeitmaschinen und sind auf dem Weg? Was zum Teufel ist hier los? H.Q., wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Sie haben ihn. Ich frage mich, wo der Bruder ist. Feind gesichtet! Die Bibliothek fliegt in 5 Minuten in die Luft. Die Bibliothek fliegt in die Luft. Jetzt! Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. H.Q., wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Jack, lauf! Jack, lauf! H.Q. Jack,? Jack, lauf! Jack, lauf! Jack! Versteh! Jack! Das war's für heute. Das war's für heute. Wir müssen uns beeilen. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack. Ich brauche meine... Warte kurz. Meine Aktentasche war in dem Auto. Ich kaufe dir eine neue. Ist doch nur eine verdammte Aktentasche. In der Tasche ist aber, was das ist. Ich geh rein. Ich bin ausgeschaltet. Ich bin ausgeschaltet. Wir müssen meine Aktentasche holen. Und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du jemandem vertraust. So einfach ist es nicht, Jack. Ich hab dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Schau dich, Jungmuhl. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Ich konnte nicht... Wie lange weißt du es schon? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Wir brauchen diese Aktentasche. Na los, bevor hier noch mehr von denen auftauchen. Jack! Jack, wir müssen los. Warte. Took mir leid, Jack. Nein! Paul, was ist mit dir? Was tust du da? Nur, was nötig ist. Gehen. Jahr. Wir probieren. Jetzt reif。 Wir probieren. Nein!